Nur auf Rockland Radio. Das Abenteuer deines Lebens. Dirk, du hast den Jackpot geknackt! Übernachtungen im Caesars Palace, vor allem aber Guns N' Roses live im Kolosseum. Und jetzt geht für euch die unglaubliche Rocktour weiter. Wir schicken dich mit deinem Rockbuddy an die schönsten Strände der Karibik. 70.000 Tonnen of Metal. Die rockigste Kreuzfahrt der Welt. Und so geht's. Einfach die größten Rocksongs aller Zeiten erkennen, anrufen und einchecken. Erlebt vier Tage Traumurlaub in der Karibik pur. Mit Übernachtung in einer Luxuskabine der Extraklasse inklusive Balkon. Dazu gibt's 60 Rockbands live. Das Abenteuer deines Lebens. Infos auf rockland.de